Challenge! Scheißlaufen lernen! Let's go! Kaum am Eislaufplatz haben wir auch Spaß mit Bolognese gemacht und auf einmal waren nur 1000 Leute! Oh mein Gott, ich bin so scheiße! Da hat mir mein Freund aber ein paar Tricks gezeigt und nach zwei Stunden Übung sah das Ganze so aus. Like das Video!